Hallo und herzlich willkommen beim Thinking Objects Blog. Mein Name ist Markus Klingspur, ich bin Geschäftsführer der TO und habe das Unternehmen 1994 gegründet. Bei Cybersecurity geht es um das Beherrschen von Risiken in hochkomplexen Umgebungen. Dazu müssen sinnvolle Entscheidungen über Kompromisse getroffen werden. Wir Menschen tun uns damit jedoch oft erstaunlich schwer. Zahlreiche psychologische Muster, die unser evolutionäres Überleben gesichert haben, wie beispielsweise die Verlustavasion, machen uns dabei Probleme. Das Firewall-Urgestein Markus J. Ranum hat das vor über 20 Jahren in seinem Paper The Perfect Firewall treffend aufs Korn genommen. Eine aktualisierte Version finden Sie unter dem eingeblendeten URL. Nach den Anschlägen vom 11. September wurde der Sicherheitsexperte Bruce Schneier von einem Reporter gefragt, how can we prevent this from ever happening again? Er hatte folgende Antwort parat. That's easy, simply ground all the aircraft. Das war kurz nach den Anschlägen, eine valide Entscheidung, aber leider keine wirklich dauerhafte Lösung. Um gute Entscheidungen zu treffen, brauchen wir gute Informationen. Das heißt grundlegendes Wissen und Verständnis. Jeder intelligente Narr kann Dinge größer und komplexer machen. Es braucht ein Stückchen Genialität und jede Menge Mut, um sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, sagte Albert Einstein. Das ist auch unser Anspruch für diesen Blog. Hier stellen wir Ihnen unser Expertenwissen in verdichteter Form zur Verfügung. Wir wollen Ihnen damit helfen, gute Lösungen für Ihre Cyberrisiken zu finden. Feedback und Fragen können Sie gerne in unsere Kommentare schreiben. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie unseren Blog abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.